mag 2 the trench ist eine absolute frechheit weil mogelpackung in diesem film soll es um die tiefe gehen das sagt ja schon der deutsche untertitel des filmes bzw der englische the trench und es ist beachtlich wie kurzweilig der aufenthalt in besagter tiefe ist und man sich an sich die größte zeit dieses filmes irgendwo in gefilden aufhält wo es wahrscheinlich einfach nur günstig war zu drehen und das finde ich ist schon starkes stück aber mehr dazu gleich in der ausführlichen review nach dem intro ich sage erst mal einen wunderschönen guten tag an alles den ersten und den ersten draußen hier beim movie check und zu der filmkritik zu the mag 2 the trench es ist doch so wenn ihr euch spontan entscheidet ins kino zu gehen dann schnappt euch ein zwei freunde geht an die kinokasse guckt oben auf die reklame was aktuell so läuft und dann dann guckt ihr euch vielleicht noch die laufzeit an sagt okay das könnten wirklich jetzt mal anderthalb stunden richtig geile unterhaltung werden oder das könnten drei stunden geballte action werden wofür ihr euch entscheidet es wird in dem moment die richtige entscheidung für euch sein und dann kommt aber die bewährungsprobe wie fühlt ihr euch nach dem kinobesuch was soll ich sagen the mag 2 the trench hat eine laufzeit von knapp zwei stunden und ich habe den ersten teil ja den habe ich gemocht ich mochte es den megalodon und andere urzeitwesen mal wieder auf der großen leinwand zu sehen abseits der heute lebenden art genossen der weiße high und co kg und und einfach mal sich in eine welt vor unserer zeit zurück katapultieren zurück versetzen zu lassen aber trotzdem im hier und jetzt das finde ich war ein erfrischender ansatz er weiß nicht maximal innovativ aber mit dem mac hat man mich wirklich in seinen bann gezogen der mac 2 versucht das auch und orientiert sich da auch sehr stark an seinem ersten teil wobei er den titel den untertitel die tiefe quasi als anreiz der gibt auch in diesem film hinein zu gehen man möchte in die tiefsee so ein bisschen wie bei deep blue sea oder the shallows oder anderen genre vertretern und dann ist man enttäuscht man ist wirklich enttäuscht weil die ersten 10 15 minuten braucht man quasi in diesem film um die charaktere kennenzulernen jonah ist beispielsweise jetzt ein ökoaktivist und ziehvater von der tochter und alles mögliche mag sein bester freund ja mag aber mit m a c k geschrieben ist jetzt quasi leiter von seiner forschungseinrichtung und braucht jetzt hilfe von jonah und ja natürlich ist er mit am start und ist wieder bereit in den marianengraben hinab zu tauchen und und das tut er dann auch und dann ist man da entdeckt eine illegale forschungsstation und und dann ist man schon wieder an der oberfläche für die restlichen anderthalb stunden des filmes ungefähr und das ist schon das ist schon krass vor allem wenn man bedenkt dass das original also das buch mac 2 the trench gänzlich anders konzipiert war ich hatte mich auf so viele sachen gefreut so viele dinge auch erwartet und und dann nichts man hat sich quasi lose an diesem buch orientiert und sich dann aber gedacht das müssen wir ein bisschen kostengünstiger hinkriegen wir katapultieren quasi die haupthandlung als auch den klimax des filmes auf fanny island ja genau wenn man dann auch noch bedenkt dass einige der action sequenzen an land spielen wo also gar kein mac hinkommen kann dann weiß man was man an diesem film hat dieser film ist im grunde ein marketing gag man hat richtig geile trailer konzipiert um für diesen film zu werben die haben mich auch heiß gemacht ich hätte liebend gerne auf sie reagiert aber warner brothers stellt sie mir nicht zur verfügung wenn ich trotzdem das material benutze werden meine videos geclaimt das ist bei warner brothers irgendwie so ein ding keine ahnung haben die wohl spaß dran bei anderen studios habe ich diese probleme nicht aber warner brothers also kein wunder wenn hier auf meinem kanal keine warner brothers video mehr erscheinen beziehungsweise trailer actions ich werde direkt geclaimt und vor strikes habe ich noch einen gewissen respekt egal back to topic mac 2 dieser film ist im prinzip in der zeit in der unter wasser spielt und wirklich auch am boden des mariannengrabens stattfindet atmosphärisch pur meine güte hat mir das gefallen diese erste zeit unter wasser wieder in diesen klaustrophobischen tauch kapseln tauch boten und dann aus dem nichts aus dem dunklen der tiefsee kommt auf einmal so eine riesen hai an und dann noch einer und dann noch einer noch einer ja es gibt mehrere mags in diesem film man hat sich wahrscheinlich gedacht mehr ist besser der englische ausbruch ist ja eigentlich less is more man hätte diesbezüglich eigentlich auch anders agieren können wie gesagt man hätte sich auch an der buchvorlage orientieren können müssen vielleicht da gibt es auch mehrere mags aber da gibt es noch etwas anderes etwas wesentlich bedrohlicheres was auch uns noch tiefer in die prähistorischen zeiten unseres planeten hätte geführt hätte eine hätte zu viel ihr wisst worauf ich hinaus will und und dagegen hat man sich entschieden stattdessen hat man hier ein werk geschaffen das ja an sich dem ersten mac film richtig schön in den arsch tritt man hat sich mit mac 2 the trench kein gefallen getan weil man sich quasi etwas auf die fahne geschrieben hat und dann aber nicht abgeliefert hatten dass das mag ich mal so überhaupt nicht wie gesagt die erste zeit ist pure unterhaltung da hat man auch nervöse nervöse finger nervöse hände man ist man ist am schwitzen dass das das nimmt einen wirklich mit aber sobald man wieder an die hellen strände von fanny island kommt wo dann auch wieder touristen sind ähnlich wie im klimax des ersten teils und alle wieder fliehen und dann werden gefressen und dann fragt man sich tatsächlich okay das ist jetzt hier der beginn des klimax und dann kommt der klimax und jonah ist noch heldenhafter als im ersten teil und es geht richtig zur sache aber man hat nie das gefühl sobald sie die tiefsee verlassen haben dass sie wirklich in gefahr gewesen sind und das finde ich schwierig man möchte doch bei so einem creature feature mitunter auch konsequenzen spüren und die einzige konsequenz ist dass man sich einer formel bedient die absolut ausgelutscht ist alle bösen sterben alle guten überleben damit habe ich euch den film jetzt in keinster weise gespoilert weil diese matrize wie gesagt schon in unzähligen filmen missbraucht worden ist und zwar nicht zum guten und nunmehr auch hier her halten muss um eine geschichte zu erzählen über zwei stunden die man in anderthalb stunden meiner ansicht nach wesentlich runder hätte erzählen können man hat es nicht gemacht warum auch immer filme werden immer länger finde ich schwierig ich mag längere filme ja ich bin auch gerne mal drei dreieinhalb stunden wie bei john wick im kino überhaupt kein thema aber auch da muss man sagen braucht es eine berechtigung john wick war irgendwann repetitiv das hatte ich in meiner john wick kritik zum kapitel 4 ja auch zum besten gegeben aber trotzdem hat der film ja unterhalten und und dann kommt sowas wie mac mac 2 der der überhaupt nichts neues auf dem auf der haben seite mitbringt im vergleich zum ersten teil im gegenteil ich finde ihn sogar schlechter als den ersten teil weil auch mitunter ja generiert wurde eine erwartung generiert wurde in bezug auf andere wesen die auftauchen und dann sind das irgendwelche komischen urzeitwesen die erst in der tiefsee sind und dann auch urplötzlich wieder quastenflosse an land gehen und dann fanny island auch an land irgendwie heimsuchen und menschen fressen und dann denkt man sich ja jetzt kommt auch ein bisschen blut und dann sieht das so scheiße aus also mal ehrlich wenn hier mal in diesem film blut fließt dann nie aktiv wenn jemand gekillt wird sondern höchstens wenn sich irgendwelche echsen dinger an irgendwelchen körpern laben also schon toten menschen oder tieren vorzugsweise menschen und 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 selbst wenn der mac mal zubeißt wo ist das blut wo ist das blut ich meine wir hatten wir hatten in den 90ern meine ich ja schon die blussie das war richtig schlechtes cgi blut aber immerhin es war blut dabei er war brutal es gab auch den ein oder anderen kill mit praktischen blut effekten das war nicht hilarious aber meine güte hier fließt kein blut dieser film ist für mich total steril und das für einen für einen film wie diesem mit einem creature mit einer creature wie dem mac ich meine was was wenn nicht blut gehört zu einem creature feature man selbst bei anaconda gab sie und da mal ein bisschen blut und das war dann noch nicht mal cgi blut das war die maske ja da hat die maske das make-up seinen job gemacht und hier ist man nur darauf bedacht die stählernden muskeln und gegebenenfalls mal das blut von getöteten mags darzustellen weil sonst nichts nichts und dieses nichts macht mich ein bisschen traurig ich könnte mir vorstellen dass es einen dritten mag teil geben wird und ich würde mir echt mal wünschen dass hollywood sich wieder darauf besinnt wo es selber herkommt hollywood das war das war ein aushängeschild früher war made in germany ein aushängeschild heute ist man wenn man sich die regierungsflieger pannen anschaut eher traurig wenn man sich anschaut was alles aus deutschland kommt wenn es denn überhaupt mal deutschland verlassen kann regierungsflieger umdrehen zurückfliegen ihr wisst was ich meine und 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 hollywood das ist qualität gewesen aber nicht nur visuelle qualität nicht nur vfx qualität nicht nur sound qualität nein das waren geschichten die man erzählt hat richtig tolle geschichten die ans herz gegangen sind die einem angst gemacht haben die die einen gefesselt haben die bock gemacht haben auf möglicherweise in seltenen fällen mal auch einen zweiten teil aber heute produziert man am fließband und das ist mit dem mag 2 passiert und dementsprechend bin ich auch glaube ich so genervt von diesem film ich hatte mir so viel erwartet ich hatte so schöne momente mir schon in meiner eigenen fantasie ausgemacht und der moment wo ich mir nichts mehr und das ist quasi das résumé was ich aus diesem film ziehe der moment wo meine fantasie nicht mehr bessere bilder generieren kann als das was uns hollywood liefert das ist der moment wo ich aufhöre diesen kanal hier zu machen weil dann habe ich euch nichts mehr zu erzählen dann bin ich quasi in diesem diesem wust von hollywood assimiliert worden dann 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 höre ich hier auf dass das macht dann keinen sinn mehr dann kann ich nur noch sagen das ist ja geil wow und cool toll geil aber leider nein das war nicht geil das war wirklich auch nicht gut und dementsprechend fährt auch meine wertung aus in der filmwertung vergebe ich für mac die tiefe noch so gerade 2 von fünf möglichen punkten und in der genre wertung mit gutem willen wirklich nur noch mit gutem willen 2,5 von fünf möglichen punkten also insgesamt 4,5 von zehn möglichen punkten für the mac 2 the trench schrägstrich die tiefe klammer auf dieser titel verarscht euch nur klammer zu nicht vergessen freunde der nacht filme sind einfach geil klammer auf auch wenn manche filme es einem echt schwer machen klammer zu AF 6 im Klammer 12 o i i Vielen Dank.